Warum ist da eigentlich eine Fliege, die mich verfolgt? Ist irgendwie nur innerhalb des Dorfes so. Nee, nee, es passt schon. Nee, nee, fahren wir hoch einmal. Ich wollte mich nur verstecken in dir. Ach so, wenn ich mich ducke. Aber das war vorher nicht so, oder? Dass der immer nach unten fährt, wenn ich mich ducke. Komisch, ist egal. Nein, warum denn jetzt nach unten? Nach oben? Genau, danke. Hallo, Spinner. Ah ja, da ist die Vogelscheuche. Ich finde das alte Bild auch nicht schlecht. Ah! Rückzug, Rückzug! Ah, wunderbar, wunderbar. Alle Vögel sind weg. Das neue Gesicht hat sie wirklich verscheucht. Oh, Moment. Aha. Da sind die Gratis-Geld-Roboter. Pass auf! Jetzt, jetzt... The Plot thickens! Alles in Ordnung? Was war das? Ah, ich schätze, ich hätte dir von den Robotern erzählen sollen. Weißt du, wir haben Mais in unserem Dorf. Viel Mais. Daher haben wir einen Vertrag mit Sunshine Incorporative abgeschlossen. Und jetzt kommt jede Woche einer ihrer Roboter und holt ihn ab. Im Gegenzug verteilen die Roboter überall in unserem Dorf Geld. Gratis-Geld! Überall! Tut mir leid, dass ich es dir nicht früher gesagt habe. Wenigstens hat er die Vögel verscheucht. Du hast gute Arbeit geleistet. Danke! Hauptaufgabe! Erkunde die Welt! Jetzt hat er die Vogelscheuche in den Boden gestampft! So was... Wenn ich jetzt die Hütchen verschiebe, landet dann der Roboter auch woanders? Wahrscheinlich nicht. Nee. Dr. Sunshine ist hier. Meine lieben Freunde! Es ist eine Weile her, dass ich begonnen habe, wöchentlich Geld zu verteilen. Ich hoffe, euch gefällt's. Ja, wuhu! Aber heute habe ich eine Überraschung für euch. Eine Überraschung? Wir lieben Überraschungen. Wie viel von euch wissen, habe ich die Zentrale von Sunshine Incorporative mit alten Vulkanen eingerichtet. Äh, im alten Vulkan eingerichtet. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Das ist ein wirklich wunderbarer Ort. Und ich bedauere, dass ihr euch nicht daran erfreuen könnt. Ja, das ist schade. Deswegen habe ich beschlossen, einem von euch eine Gratisführung zu geben. Ja, gratis. Aber leider ist nur ein Platz in meinem Robocopter frei. Wer wird der Glückliche sein? Wer wird das Glück haben, mitkommen zu dürfen? Ich! Nimm mich mit! Nun, der Name steht hier. Das Glück, die Zentrale von Sunshine Incorporative besichtigen zu dürfen, hat heute Ellie. Das bin ich! Ich darf mit zum Vulkan! Herzlichen Glückwunsch! Bitte halt still, während ich dich hochhole. Ich mache mir jetzt schon Sorgen um Ellie. Super! Nun, das war's für heute. Ich komme nächste Woche wieder. Bis dahin! Genießt euer Gratis-Geld! Und denkt daran, ihr seid perfekt! Tschüss, ihr Trottel! Ach, Mr. Sunshine ist so ein netter Kerl! Ja! Ich bin so neidisch, dass ich nicht mitkommen werde. Tja, vielleicht nächstes Mal. Versteck im Vulkan. Eindeutig ein netter Typ und kein Super-Schurke. Ja, das stimmt, Wettertron. Wie komme ich jetzt da hoch? Verdammt! Ah, über den Baum! Ich will das Gratis-Geld! Kann ich Gratis-Geld kicken und so einsammeln? Oh, ups, so nicht. Müsse ich noch mal testen. Warte mal. Ich bin gerade immer falsch gedreht. Naja, vielleicht brauche ich dann einen anderen Hut. Vielleicht gibt es einen Prompeller-Hut. Nicht schon wieder in den Brunnen. Puh. Jetzt ist überall in der Stadt gratis-Geld. Und? Ist das ein Farbeimer? Nee, schade. Ich denke, ich kann ihn vielleicht umwerfen. Erkunde die Welt ist meine Hauptaufgabe. Dann erkunden wir einfach mal ein bisschen. Oh, entschuldige. Ich wollte mit dir reden. Ich glaube nicht, dass es gut für die ordentliche Wirtschaft ist, überall gratis-Geld zu verteilen. Aber es ist mir egal. Ich liebe Geld. Ich liebe Geld. Es ist total unfair, dass von einer Besichtigung niemand wiederkommt. Äh, unauffällig, nicht unfair. Das stimmt. Schauen wir mal. Vielleicht kommt hier nächste Woche wieder die Ellie und sagt, wie toll alles war. Wer weiß. Entschuldigung. Ich habe gehört, jemand in der Stadt versucht, eine neue Sportart namens Space Kick einzuführen. Wenn du mich fragst, ist das ein dämlicher Name. Space Kick! So. Das, das kann sein. Das ist zumindest eine plausible Ausrede, dass die einfach nicht mehr weg wollen, weil der Vulkan so toll ist. Der riesige Roboter hat die Vögel verscheucht. Ich schätze, den fanden sie ziemlich gruselig. Aber jetzt kannst du die Saalbahn benutzen. Viel Spaß. Warte, Saalbahn. Ich will mitkommen. Yeah. Ab ins nächste Gebiet. Erkunde die Welt. Ah, ich komme nicht hoch. Gemeinheit. drück in der Luft. Boah. Okay. Aha, ich verstehe. Yeah. Oh mein Gott, das ist richtig cool. Oh, oh. Puh. Spider-Lag. Ah, das ist toll irgendwie. Die Physik fühlt sich total toll an. Das fühlt sich total witzig an, das Spiel. Das steuert sich echt toll irgendwie. Oh, das sieht problematisch. Aha. So, so. Gratis Geld. Komm her zu mir. Ha, Mist. So. Wie man die Türen aufkickt, ist auch toll. Ja, nein. Oh, Wolke. Oh, nein. Ah. Vermasselt. Nochmal das Ganze. Okay, Vorsicht jetzt. Wubidup. Ja. Konzentration. Aber was soll ich denn hier machen? Wenn ich kann, ja genau, das ist gut. Geheimer Raum mit geheimem Gratisgeld. Geheimes Gratisgeld ist noch besser als Gratisgeld. Und ich hab die Eichel bekommen, mit der man nix machen kann. Fühlt sich trotzdem nach einem Erfolg an. Ah, Mann. Okay, Achtung. Nee, das geht nicht. So hoch kommt man nicht, glaub ich. Ich sag's ja, bei Devolver gibt's einfach nur coole Spiele. Die haben ein super Portfolio. Wenn die was publishen, kann man sich drauf verlassen, dass es abgedrehter, witziger Scheiß ist. Nein, Pompoko, was machst du denn? Ich komm, die Wolke ist zu schnell. So schnell kann ich nicht springen, wie die fliegt. Was spielst du da wieder? Finde das Gratisgeld im Vulkan. Ja, genau. Warte mal ganz kurz, ich kann grad den Namen wirklich nicht genau sagen. Das heißt irgendwie wirklich so ähnlich wie Pompoko oder so. Jetzt. Halt, stopp. Pikun, Pikuniku. Pikuniku spiel ich da. Jetzt wissen wir's. Oh oh, ist das gut oder schlecht? Es ist gut. Sag mal, muss ich später mal Eicheln sammeln oder so? Die Tür krieg ich leider nicht auf. Ah, und jetzt bin ich wieder hier. Hm. Interessant. Vielleicht krieg ich später mal nen Eichhörnchenhut, mit dem ich Eicheln sammeln kann oder so. Keine Ahnung, komisch. Kickt die Steine! Oh, da ist was. Was, was passiert hier? Sam's Pot, 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 Potteries. Pot, Willkommen in meiner Topfwaren Galerie. Ich bin Sam, die örtliche Töpferin. Diese Töpferwahn habe ich alle selber hergestellt. Hahaha. Nimm dir ruhig Zeit dafür. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will die nicht. Ich will die gar nicht. Ich mach die nur kaputt. Viel Spaß mit meinen Töpferwahn. Muss ich die kaputt machen? Soll ich die... Oh Gott! Äh... Ist das okay? Ha. Du scheinst ein wenig ungeschickt zu sein. Vielleicht lässt du deine Beine lieber auf den Boden. Ach, jetzt muss ich alle kaputt machen, um zu sehen, was dann passiert. Aber es tut mir jetzt schon leid. Es tut mir so leid. Ich kann nichts dagegen tun. Meine ungeschickten Beine. Oh nein, jetzt ist sie ganz traurig. Ach, naja. Vielleicht so ein Töpferwahn dazu bestimmt kaputt zu gehen. Hahaha. Hahaha. Aber vielleicht, wie bei Zelda, ein Geschenk. Eine Trophäe gefunden. Sam, der Schleim. Ah. Das ist nicht wie bei Zelda. Die Töpfer sind wirklich kaputt. Ich frag mich, was das mit den Äpfeln, mit dem Apfel hier noch ist, was ich da dann später noch machen kann. Das ist ein super nettes Spiel. Ich mag das. So konfliktlos bis jetzt. Das ist irgendwie nice. Das war knapp. Jam. Wah. Das war knapp. Ich fäll' den Baum und nehm' dann den Stumpf mit. Okay. Diese Roboter fällen den gesamten Wald. Was für ein Penner. Und jetzt sitzen meine Freunde fest. Geh und rette sie. Hilft den festsitzenden Dorfbewohnern eins von zwei. Okay. Na gut, Aldous. Mach's gut. Lübchen. Ha. Ah, Hilfe! Das Zahnrad. Ah, ich hab's mir gedacht. Ist bestimmt nicht zur Dekoration. Wollte ich grad sagen. Ich verstehe. Das ist auch nett irgendwie. Ich frag mich, was es mit den Eicheln überall auf sich hat. Die sind da wahrscheinlich auch nicht zum Spaß, oder? Schau mal. Mal schauen, ob ich von dem... Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe. Ah, du hast mich gerettet. Danke, der blöde Roboter hat mich überrumpelt. Ich sagte schon, ich würde nie von diesem Baum runterkommen. Okay, und jetzt helfen wir dem Zweiten noch irgendwie, irgendwo. Wie komme ich denn da hoch? Das wäre interessant. Vielleicht noch nicht. Vielleicht von der anderen Seite oder sowas. Ob ich die Mars-Effekt-Reihe Let's Playen werde, habe ich nicht vor. Nee, ähm, wenn eventuell wirklich eine Remastered-Trilogie kommen würde, und zwar für die Switch am besten, könnte ich mir vorstellen, vielleicht die Original-Trilogie nochmal zu spielen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ah, dieser große Fels versperrt den Weg. Pass auf! Aha! Gibt doch nichts besseres als meine explodierenden Tannenzapfen, wenn es was Großes zu zerstören gibt. Gut. Eine wäre gerettet. Eine fehlt noch. Hey, du! Hilf mir hier runter zu kommen! Ich werde es versuchen. Ups. Okay, Achtung! Huah! Warte mal kurz. Gratis Geld. So. Wo waren wir stehen geblieben? Huuh! Oh! Huah! Nein! Ach, pfu! Ach so! Aber was mache ich jetzt? Wie geht es von hier aus weiter? Ah. Naja. Okay. Überall diese Eicheln. Das ist bestimmt später eine Quest. Da suche ich bestimmt Eicheln für ein Eichhörnchen oder sowas in der Art. Frag mich, was ich mit dem Gratis Geld machen kann. Hubschrauber-Eule. Hubschrauber-Eule. Ich kenne dich nicht, aber du hast mich gerettet. Vielen Dank. Schwupps. Hubschrauber-Eule. 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 Gut. Die Truppe ist vollzählig. Lasst uns ins Dorf zurückkehren. Wah! Der Roboter ist noch da. Was können wir tun? Hm, ich habe eine Idee. Hey, hey, du. Danke für deine Hilfe. Würdest du dir was ausmachen, noch eine letzte Sache für uns zu erledigen? Hier. Tritt einfach das Ding weg. Ich finde den Humor, auch diesen visuellen Humor in dem Spiel, auch super, super witzig. Super charmant. Haha, super. Psst. Was? Er wirkt nützlich. Vielleicht kann er uns helfen. Ganztags oder so. Ah, ich weiß nicht. Wir kennen weder ihn noch seine Motive. Vielleicht können wir ihn auf die Probe stellen. Sehen, wozu er wirklich in der Lage ist. Hm, also gut. Hey, du wirkst hilfsbereit. Vielleicht interessierst du dich für unsere Organisation. Triff uns doch im Club. Na dann. Ja genau, ich glaube, Merlin hat mal Mass Effect 1 gespielt. Das stimmt. Und ich habe ein paar Folgen Andromeda gemacht, aber Andromeda gefällt mir einfach echt überhaupt nicht. Finde ich schrecklich. Ganz schrecklich. Nee, ich finde es einfach wirklich nicht gut. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Oh, komm, das müssen wir machen. Einfach nur, wenn es geht. Wenn es schon da ist, das Ding. Achtung. Und. Ja. Nice. Grates Geld. Embrace a better world. Ich frage mich, was die echten Motive von Mr. Sunshine singt. Hm, da brauche ich wohl irgendeine Schlüsselkarte oder sowas. Oh, da oben ist ein Spacian Wader. Mal schauen, was da ist. Was das für ein Laden ist oder ein Haus oder was auch immer. Ein NES. Wow. Ich habe leider keine Cartridge. Aber wenn das mal kein NES ist, weiß ich auch nicht. Ich will wissen, was mir da, was für eine Cartridge da reingehört. Hey, wenn du geriebenen Käse über deine Pasta streust, dann wasch direkt nach dem Essen dein Geschirr ab. Sonst verfestigt sich der Käse und klebt am Pastateller. Da hat er absolut recht. Das willst du sicher nicht. Die Playlist meinte ich zum Beispiel, die noch generell fehlt. Außerdem die der letzten Projekte, wie zum Beispiel Silent Hill. Ja, die muss ich jetzt dann alle schon auf dem neuen Kanal machen. Das dauert noch ein bisschen. Aber so nicht abgeschlossene Reihen, zu denen es nur ein paar Folgen gibt, kriegen jetzt gar keine eigene Playlist mehr. Die werden jetzt alle zu den Random Drops, in die Random Drop Playlist geschickt. Ja, der Let's Play Kanal. Es kommen jetzt auf dem Hauptkanal nur noch ganz wenige Let's Plays. Die beiden, die jetzt da noch laufen, dürfen noch auslaufen. Aber dann ist Schluss und alles andere landet auf dem Let's Squid Bird Rider Let's Play Kanal. Der früher der Nintendo Kanal war. Eine Sonnenbrille. Warum kostet die Brille 70? Die Sonnenbrille nur eins. Ich kaufe die. Möchtest du diese coole Brille kaufen? Ja. Sehr schön. Sunglasses. Danke. Und das will ich auch haben, was auch immer das ist. Möchtest du die Postkarte kaufen? Ja. Sehr schön. Waldpostkarte. Danke. Ich danke Ihnen. Kann ich... Oh ja. Jetzt kann ich die Sonnenbrille aufsetzen und bin ziemlich cool. Und ich habe eine Postkarte. Ich vielleicht irgendjemandem geben kann. So funktionieren Quests in der Welt wahrscheinlich. Cool. Ist der Kanal irgendwo verlinkt? Schade eigentlich. Schade eigentlich. Ich finde das Spiel gerade wirklich nett und cool und würde da gerne noch ein bisschen weiterspielen. Aber es ist... Es ist... Alles hat ein Ende. Äh... Und... 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 spielen. Und genau. So. Bis ähm Donnerstag dann. Hey! Geheimgang gefunden, weil ich den Controller verkehrt rum hingeworfen hab. Nicht schlecht. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ciao.